Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Schwertmeister an. Dieser hat über den Entscheider-Club geschrieben, welchen er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Wie ihr seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Das Umfrageportal Entscheider-Club.de bietet als noch vergleichweise junges Unternehmen seine Dienste ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Die Besonderheit einer Anmeldung ist, dass man bereits ab dem 14. Lebensjahr ohne Zustimmung der Eltern an den gestellten Umfragen teilnehmen darf. Ein großer Vorteil ist, dass sie bei jeder Umfrageneinladung direkt von der Webseite persönlich per E-Mail informiert werden, ohne dass es dabei zu nervigen Werbungen durch Drittanbieter kommt. Der Datenschutz ist automatisch gewährleistet und es werden keine persönlichen Informationen weitergegeben, sowie die Mitgliedschaft jederzeit unkompliziert und schnell beendet werden kann. Die Anmeldung läuft wie gewohnt von anderen Portalen auch hier sehr unkompliziert ab. Nach erfolgreicher Eingabe der E-Mail-Adresse wird Ihnen ein Link zugeschickt, über den die Mitgliedschaft dann bestätigt und aktiviert wird. Anschließend bekommen Sie einige mehr oder weniger persönliche Fragen gestellt, in der es um Ihre Interessen, Bildung, Arbeit, Familie etc. geht. Um möglichst viele Umfragen zu generieren, nehmen Sie sich ausreichend Zeit und füllen Sie diese Angaben gewissenhaft aus. Unbedingt auch die korrekte Angabe der Kontodaten beachten, damit der erarbeitete Lohn auch ordnungsgemäß auf Ihr Konto transferiert wird. Bei Fragen zur Anmeldung, zur Auszahlung und vielen weiteren Themen steht Ihnen natürlich der Kundendienst jederzeit zur Verfügung, genauso wie auf der Seite des Kommentarfeld. Der Club gibt die von Marktforschungsinstituten gestellten Umfragen an Sie weiter, so dass Sie mit verschiedenen Unternehmen konfrontiert werden und die Umfragen abwechslungsreich sind. Ein Erhalt einer jeweiligen Umfrage wird per Zufallsprinzip bestimmt und dabei ist es selbstverständlich, wie bereits erwähnt, dass die von Marktforschungsinstitut gestellten Vorgaben zu Ihrem Profil passen. Bei einigen Umfragen gibt es vor der eigentlichen Befragung noch einen kurzen Abgleich zur gesuchten Zielgruppe, maximal zwei bis drei Minuten. Daraus resultierend wird entschieden, ob Sie für die Umfrage geeignet sind oder ob Sie auf neue Umfragen warten müssen. Umfrageneinladungen erhalten Sie erfahrungsgemäß sehr oft im Vergleich zu ähnlichen Umfrageunternehmen. Ich bin jetzt circa vier Monate angemeldet und muss sagen, dass es pro Woche mindestens fünf Einladungen gibt, wobei vier dann wirklich für mich geeignet sind. Die Länge der Umfragen variiert von fünf bis zwanzig Minuten. Damit Sie vorher wissen, welche Zeit in Anspruch genommen wird, werden Sie vorher über die Dauer informiert und die Länge bestimmt in diesem Fall die Vergütung. Antworten werden gesammelt und an den Auftraggeber übergeben. Alles erfolgt wie gewohnt anonym. Die durchschnittliche Vergütung beträgt 1 Euro bis 2,50 Euro pro Umfrage. Bei besonderen Umfragen kann es auch das öftere Mal dazu kommen, dass es bis zu einer Vergütung von 20 Euro kommt. Der gesammelte Betrag wird auf Ihrem Guthabenkonto im Entscheiderclub gesammelt. Gesammelte Beträge werden an einem Wert von 10 Euro zum ersten des Folgemonats automatisch auf Ihr Bankkonto abgebucht. Eine Besonderheit, die mir bisher bei keinem anderen Umfrageportal aufgefallen ist, ist die Möglichkeit des Spendens der erarbeiteten Einnahmen. Sie können nach jeder Umfrage selbst wählen, ob Sie den erwirtschafteten Betrag spenden wollen bzw. wohin die Spende gehen soll oder ob Sie den Betrag behalten wollen. Da ich selber bei vielen Umfrageportalen wie beispielsweise MySurvey angemeldet bin, kann ich sagen, dass ich mich absolut mit dem Entscheiderclub identifizieren kann und dass es wirklich eine sehr seriöse Seite ist und der Datenschutz wird hier großgeschrieben. Wenn Sie also einer Umfrage teilnehmen, können Sie sicher sein, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sondern ausschließlich nur den Marktforschungszwecken dienen. Wer auf der Suche nach einem netten Nebenverdienst ist, wird sich im Club absolut wohlfühlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de